Was geht ab, Freunde und Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin bei 29.000 US-Dollar. Wir haben wirklich jeglichen Widerstand gestern noch rausgenommen. Also im Laufe des Tages kannte Bitcoin im Endeffekt nur eine Richtung. Das war nach oben. Wir sind in der Spitze bis auf 29.200 US-Dollar hochgestiegen. Haben, wie gesagt, alle Widerstände hier rausgenommen. Sogar gestern die 28.4, die wir ja gestern in der Telegram-Signalgruppe mal kurz angesprochen haben. Ja, komplett einfach durchgenommen. Wir sind aus dem Downtrend ausgebrochen. Das sehen wir auch ganz schön. Wie es jetzt möglicherweise weitergeht, das werden wir uns auf jeden Fall jetzt im heutigen Update-Video anschauen. Außerdem heute Abend um 19 Uhr, ich habe es jetzt gerade nochmal angekündigt, auf jeden Fall Livestream-Zeit mit euren Altcoin-Wünschen natürlich auch. Jetzt wird es langsam auch wieder ein bisschen interessanter, in die Altcoins reinzugucken. Werden wir uns auf jeden Fall heute Abend dann anschauen. Und ja, kommt gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signal-Gruppe. Link ist unten in der Videobeschreibung. Like da lassen, Abo da lassen. Ist ein bisschen jetzt aus... Es ist die Wärme. Ich habe es jetzt irgendwie im falschen Trichter drin. Aber egal. Ihr wisst Bescheid. Auf jeden Fall kommt da gerne rein. Link ist unten in der Videobeschreibung. Und ja, ansonsten gibt es gerade wenig. Deswegen starten wir direkt durch. Bitcoin bei 29.000 US-Dollar. Wie ihr seht, der Downtrend wurde durchbrochen. Und zwar schön impulsiv. Volumentechnisch, ja, könnte ein bisschen mehr drin sein. Aber ihr seht hier schon, auch wenn diese USA-Flaggen gerade davor sind, es ist schon ein bisschen mehr Volumen hier auf den 4-Stunden-Chart reingekommen. Natürlich überhaupt nicht zu vergleichen. Man sieht es hier drüben. Viel, viel mehr Volumen, als wir jetzt momentan haben. Aber es ist zumindest schon mal ein Anfang. Ich denke aber, dass es eher durch Retail-Investoren beziehungsweise auch viel durch normalerweise Spot-Käufe einfach gedeckt. Wir sehen die Bitcoin-Dominance über 50%. Auch sehr, sehr stark derzeit. Mittlerweile bei 51% sehe ich gerade. Wir haben die Bitcoin-ETF-News. BlackRock will ein ETF. Dann noch was. Dann gibt es eine USA-Exchange von auch ein paar Vermögensverwaltern. Habe ich es gerade schon ein bisschen so in der Gruppe angeteasert. Ja, man will beinend so aus dem Markt kicken. Und dann hat man aber gleich parat eine US-Exchange und sowas. Also da spielt schon wieder viel mit. Auf jeden Fall beflügelt das Bitcoin. Und ja, RSI absolut im überkauften Bereich bei 87, 88. Aber in solche Candles halt reinzuschorten, hat gestern wenig dann Sinn noch gemacht. Zumindest ein öffentliches Setup. Wenig Sinn gemacht, einfach hier jetzt noch reinzugehen. Wir sind jetzt gerade momentan hier in so einem kleinen Widerstandsbereich. Aber ist jetzt auch nicht wirklich groß mehr. Der nächste größere Block ist dann wirklich hier oben die Marke von 30.000 bis 32.500. Und da wären wir halt wieder an unserem großen Widerstandsbereich. Wichtig noch zu sagen, wir ziehen uns mal ganz kurz das FIP von unserem vorzeitigen Hoch bei 31,1 was ungefähr circa. Bis zu unserem Low bei 24,67. Da seht ihr auch, okay, wir sind gerade momentan perfekt im Golden Pocket. Also haben es schon durchbrochen. Konsolidieren gerade darüber ein bisschen. Keinerlei Divergenz auf dem 4-Stunden-Timeframe. Schauen wir uns mal ganz kurz auf dem 1-Stunden-Timeframe die ganze Sache an. Auch hier komischerweise noch keine Divergenz. Könnte sich jetzt natürlich in den nächsten 1-2 Stunden dann ergeben, dass wir noch einmal ein höheres Hoch reinkriegen. Und dann erstmal einen Abverkauf sehen. Trotzdem für mich momentan irgendwie kein richtiges Short-Setup. Da, wo ich jetzt sagen würde, okay, da können wir ohne Probleme rein. Downtrend durchbrochen und sowas. Da würde ich mir gerne noch einen Retest wünschen. Aber wie gesagt, an sich Short würde ich jetzt, traue ich mich persönlich nicht rein. Wir haben unsere Long-Position noch offen. Die würde ich aber liebend gerne vergrößern. Aber dafür gehen wir wieder in den 4-Stunden-Timeframe. Machen das übergeordnete FIP-Level mal ganz kurz weg. Und schauen uns einfach mal das kleine FIP-Level an. Das heißt, von unserem Pump-Begin bis zu unserem Top wäre momentan unser Golden Pocket bei 26.500 US-Dollar. 0,5er wäre auch so ein kleiner Ankerpunkt. Einfach um den Downtrend nochmal zu testen. Golden Pocket wäre schon das Maximum-Ziel 26.500. Aber ganz ehrlich, ich glaube sogar, dass wir uns sogar nur in Richtung 27.000 US-Dollar bewegen. Weil hier die größte Ineffizienz ist. Das Golden Pocket hat überhaupt keine Ineffizienz, die jetzt noch gefüllt werden müsste, meines Erachtens nach. Aber hier das 0,5er eben bei den 27k wäre einerseits nochmal ein schöner Retest. In dieser Range, die wir hier gebildet haben. Und natürlich auch diese Komplett-Vector-Candles. Das können wir uns auch mal ganz kurz angucken. Traders-Reality-Indikator, seht ihr auch. Auch deutliche Vector-Candle. Und wir kriegen gerade schon die dritte Stopping-Volume auf dem 4-Stunden-Timeframe. Also es wird hier schon langsam versucht, ein bisschen dem Markt entgegenzuwirken. Was auch momentan sehr, sehr gut klappt. Trotzdem, wie gesagt, für mich momentan einfach kein Short. Ich würde dann eher überlegen, unsere Position, die wir hier unten aufgemacht haben bei den 25.000 rum. Also 25.050 bei mir, ich weiß nicht wann ihr den aufgemacht habt, aber wahrscheinlich auch da unten rum. Dann hier oben wieder zu verdoppeln. Also das heißt hier beim Retest 27k, 27.2 rum würde ich die Position gerne wieder verdoppeln. Oder sogar auf 100%. Aber das müssen wir mal gucken. 25% sind ja noch offen. Aber so auf 50% würde ich die Position hier auf jeden Fall gerne wieder hochskalieren. Um dann gegebenenfalls für einen Doppeltop nochmal gewappnet zu sein in Richtung 30k. Aber momentan, wie gesagt, Short-Entry sehe ich derzeit nicht. Es ist ein absolutes Risiko, jetzt hier einfach reinzugehen. Natürlich sollten wir jetzt nochmal ein höheres hochkriegen. Dann hätten wir eine Bearish Divergence auf den 1-Stunden-Timeframe. Wir haben einen absolut überkauften RSI. Spricht vieles für Short. Nur das Risiko, derzeit hier irgendwie reinzuschorten, weiß ich irgendwie nicht, ob das gewährleistet ist. Wir haben hier oben noch ein paar Hochs abzugreifen. Eben auch bei den 29.8 bis 30.2. Also das sind so die nächsten Zonen, wo ich dann wirklich überlegen würde, einen Short reinzusetzen. Das heißt nochmal eine Position hier ein bisschen höher. Und dann eben diesen Wig runter auf 27k. Das wäre, wenn man das jetzt so dann wieder sieht, eine 10% Korrektur. Hatten wir auch lange nicht mehr. Vor allem auf einen Schlag wäre das mal ganz bombe, glaube ich, hier ein paar Longs rauszukillen. Wäre nicht schlecht. Und dann, sage ich mal, die Reise nach oben hin fortzusetzen. Also das ist jetzt so mal der grobe Fahrplan, den ich jetzt erst einmal so kommen sehen würde. Jetzt in den nächsten Stunden, beziehungsweise Tagen heute Abend, beziehungsweise später um 16 Uhr spricht Pole dann wieder. Wer weiß, was da noch kommt. Aber an sich, diese ganzen News-Teams momentan rauskommt. Deutsche Bank, BlackRock, ETF, hier ein ETF, da ein ETF. Das wird vielleicht genehmigt. USA Exchange und bla bla bla. Ist alles gerade ein bisschen viel, meines Erachtens nach. Gut, ist alles schön und gut für Langfrist und sowas. Aber es kommt alles so auf einen Schlag und so nach der ganzen Binance-Geschichte der WIG hier unten. Also man muss hier ein bisschen vorsichtig einfach sein. Trotzdem, Short für mich persönlich, wenn wir jetzt schon runtergehen, ist es mir auch Wurst. Aber für mich eher Potenzial hier oben, die 29,8 bis ungefähr 30,1 für einen potenziellen Short-Entry. Und dann mit Stop-Loss wahrscheinlich über dieses Hoch hier oben drüber. Aber das schauen wir jetzt erstmal mal, ob es so weit kommt. Ansonsten Long vergrößern, 27, 27, 2. Und dann möglicherweise wirklich mal die 34k. Ihr kennt das Spiel, wir hatten hier auch schon mal so eine Marke gesetzt. Einerseits Ineffizienz oder dann sogar die 40k anzuvisieren. Es ist noch ein weiter Weg. Also man sollte jetzt auch nicht zu bullisch sein. Deswegen warten wir hier jetzt erstmal noch ein bisschen ab, wie das hier weitergeht. Und den Rest besprechen wir dann heute Abend im Livestream. Dann rüber zu Ethereum. Wie sieht es denn da derzeit aus? Hier auch endlich mal ein bisschen schöner Impuls. Hat sich aber auch gestern wieder deutlich, deutlich schwerer getan. Während Bitcoin schon ein Hoch nach dem anderen rausnimmt. Ethereum hier ein bisschen am Schwanken. Dann aber ein schöner Impuls über unsere Widerstandszone. Auch schön hier entkoppelt und dann weiter nach oben hingesetzt. Short habe ich auch aus dem Grund nicht aufgemacht, weil Bitcoin einfach komplett gepumpt ist. Wir haben gestern darüber noch gesprochen. Hier, das wäre das Short-Szenario gewesen. Wollte ich dann nicht mehr, weil einfach Bitcoin ein Hoch nach dem anderen und so. Und dann noch irgendwie ein Ethereum-Short ergibt keinen Sinn. Wenn dann handele ich zuerst bei Bitcoin, bevor wir dann Ethereum handeln. Wir haben noch ein bisschen Luft, aber wir sind hier schon rejected worden. An dieser kleinen 1-Stunden-Supply-Zone. Ineffizienz gefüllt, deswegen macht man die weg. Auch hier würde sich natürlich ein Retest anbieten. Einerseits hier in dem Bereich der 1765, um dann, sage ich mal, die Fahrt nach oben hin weiterzunehmen. Oder, und das würde ich, wenn Bitcoin in Richtung 27k fällt, glaube ich sogar eher sagen, dass wir sogar hier nochmal runterkommen Richtung 1680 bis knapp 1700 US-Dollar. Schöne Ineffizienz, die nicht gefischt wurde. Wir ziehen uns ganz kurz nochmal das FIP-Level dazu. Ob wir hier irgendwelche Gemeinsamkeiten haben nach jetzigem Stand, würde zumindest das 0786er bzw. knapp das Golden Pocket durchstechen. Also auch hier passt es wieder einigermaßen kurzfristig. Ja, wäre es drin, die 1770 zu testen. Dann vielleicht ein Doppeltop und dann nach unten. Aber so übergeordnet gehe ich langsam so ein bisschen zumindest mal von einer kurzfristigen Korrektur aus. Einfach um die ganzen Indikatoren abzukühlen, um einen Haufen Longs rauszukicken, weil doch jetzt viele nachgezogen sind. Deswegen hier ein bisschen vorsichtig sein an dieser Stelle. Gut, und dann würde ich sagen, war es das eigentlich heute schon wieder fürs Update. Es gibt gerade, wie gesagt, keine News bis auf die ganzen ETF-News. Aber ich glaube, die könnt ihr auch langsam nicht mehr hören. Und ansonsten werden wir dann heute Abend mal ein bisschen genauer rausschauen, was alles so bei den Altcoins geht. Also kommt gerne vorbei, 19 Uhr. Den Link werde ich jetzt gleich dann noch in die Telegram-Talk und Signalgruppe reinstellen. Und ja, dann war es das von mir. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Und ja, hören wir uns bis heute Abend wieder und morgen früh noch ein Update-Video. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay good.